Echt mal, das ist so dränglich raus, aber besser, ich kann mal nicht mehr raus. Und das war's auch, 94.3.1.2 heute, auch Sponsor of the Day, hat für euch noch ein schönes Halbzeitspiel vorbereitet. Und das Stadion ist voll mit voll, das ist die Trappenkonisse von Herrn Markus Woll, der unser Coach geträumt hat. Pause aber jetzt, geht's gleich los, Hertha, gegen Panao. Hertha, gegen Panao. Schöne, 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 Schöne! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR